ARD Text im Auftrag von Funk Hey! Glaubt es nicht? Wir haben heute Fotoshooting und wir sind noch nie im Dress gekommen, aber das machen wir noch gleich. Ich dürfte uns gerne begleiten, das wäre sicher. Geile Hits. Ciao! Wenn du möchtest, dann dorscht. Dorscht? Das ist doch der, oder? Oder bitte 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 bitte. Hüttchen! Ja, das ist jetzt eins. Fast doch mit so eins. Nein, ich verstehe das überhaupt nicht, gell. Dass ich immer der sein muss, der was da steh und sitzen muss, wegen die blöden Fotos. Die was nachher natürlich gut ausschauen. Aber, ich versteh's nicht. Alle anderen dann Bier trinken, und ich kann einfach da sitzen und Model stehen, bis alles richtig eingestellt ist und so. Versteh's nicht? Ja, jetzt machen wir zwei, drei Fotos. Ich kann immer ein Gefühl haben, wie wir hier ausschauen. Ich hab immer so dumm. Ich stehe mich mit so, mit der Linie aus. Ah, ich stehe mich mit so, mit der Linie aus. Ah, ich stehe mich mit so. Da stehe ich mir aus. Du, ich stehe mich mit so. Du bist alleine, danke. Geht's? Bord. Ein Westen. Du bist meine Du. Traumzug hat der dabei. Ich verstehe echt nicht, warum sich der China so anfängt. Zuerst ist er wieder gescheit und stellt sich extra für die Kamera hin und dann passt es dann wieder nicht. Willst du es machst, dass es nicht geht. Ich meine nicht, dass die alten Loppa sind. Bitte. Du willst so eine geile Fahrwolle. Saugeil. Du bist ja da hinten, da ist es gut verbrochen. Oh. Ja, aber da kann ich mich eigentlich auch. Ja. Ja, genau. Schau jetzt, wie viel bist du da. Fertig, oder? Fertig. War gut. Das ist es so lange. Hey, oh. Schürzen jederzeit. Hammer hay. Hammer hay. Hammer hay. Nein, ich weiß nicht was soll ich haben. Da schwimmt, dass er da von der Kamera stehen muss. Da schwimmt, der andere schwimmt sowieso. Irgendwann nicht, wegen allem. Der scheiß Harry ist ja gar nicht der Schürz-Neger-Typ. Der Jesus, die Arme, der Sau, der Arme. Meine Weile Wille. Gut, das haben wir gemacht. Jetzt ist es so ein Song, gell? Das ist aber doch so. Weißt du, was du gesagt hast, da stehen. Hallo. Hi. Okay. Das ist immer der Wart, gell? Ich hätte auch vorher, wenn es so ist, dass ich nicht so nervös werde. Ich meine, warum wir? Einfach daheim schon ein bisschen. Warum wir schon gut waren? Aber noch ein T-Shirt. Das gibt auch für den Sparen. Aber noch mit einem netten Gesichter. Entschuldigung. Aber ein Ende. Das ist geil. He he. Was möchtest du an Internet fragen? An Internet? Was ist das? Hilfe, jetzt bitte. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Welche Idee, wer kippt denn auf sowas? Gut, sieh nirgst'n, du, boheini! Ah, Herrschofzetten! Es ist und bleibt ein Rätsel.